Ich werde höchstwahrscheinlich an der Stelle... On! Tirox, was ist los? Ist das euer Ernst? Weißt du, wir hatten noch gar nichts gemacht. Du bist reconnected und da unten aufgetaucht. Aber du warst hier oben schon gar nicht mehr. Jetzt fliegt er irgendwo da hinten rum. Vor allem wie man ihn einfach noch sieht am Horizont. Warum sind bei Maven so viele Kräber da unten? Ich glaube, weil ich so oft gestorben bin. Ach hier, deine Erzform habe ich erst mal ausgeschalten gehabt. Ja? Ja, ich glaube, ich habe genug. Ich bin müde, ey. Ich glaube, wir haben erst mal 5,5 Zähne. Warum sind hier unten so viele Kräber? Ja. Maven. Was? Du musst da so durchbrennen. Kann ich irgendwie... Nee. Schade. Kann ich die Blumen essen? Ich habe Hunger. Okay. Setz ist ein bisschen müde. Ich muss morgen so aufstehen. Ist das schon mal wahr? Solidblock. Was ist denn schon wieder ein Solidblock? Wollt ihr mich verraschen? Tyrox, willst du was haben? Komm mal mit. Was ist denn ein verkackter Solidblock? Hopp. Alter, das ist voll... Das ist doch cool. Mir ist das voll traurig. Irgendwie schon. Weißt du... Wir sind in Sky, können uns kein mehr leisten. Deswegen machen wir uns einfach so ein Badebötchen. Kennst du das? Ja. Früher in der Badewanne noch, dass wir mit so einem Spielzeugbötchen gespielt haben. Solid Experience? Das ist einfach schön. Das ist traurig. Aber das ist falsch. Ja, das musst du... Das geht aber nicht. Dann versuchen wir das jetzt einfach mal so. Ähm... Cobblestone. Ich hab das gespielt. Es fällt. Es liegt nur Holländer. Was? Ahahahahaha! 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 Was macht ihr? Also irgendwie... Kommt ihr nicht wirklich voran. Ahahahahaha! Ja! Tom soll auch von Manu... Ahahahahaha! Jaaaa... Deine was? Deine Füße zu schnüffeln? Ahahahahaha! Nein... 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 Das hier war... Nein... Die Tirox hab heute gemacht. 54... Das hab ich gemacht... Keine Ahnung... Das... Das... Das hab ich nicht gemacht... Das hab ich angerichtet... Ich weiß... Es... nicht... Ah, ist das auch nicht. 85. 85246. Alles habe ich da einfach so doppelt gemacht. Nein, das ist doch ein Solidblock. Verarschen? Nö, wir haben eine Flülle. Der Kostner ist spartierig. Nö, wir haben ein Flügel gesagt. Das ist das... Nö, wir haben ein Flügel gesagt. Wir haben ein Flügel gesagt. Ahhhh! 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 Oh, ernsthaft, das geht jetzt die ganze Aufnahme schon so. Ahhhh! Ich weiß nicht, was ich gemacht hab. Der Finger holen! Das ist doch keiner Absicht! Ahhhh! Jetzt hat er! Jetzt hat er! Jetzt hat er! Jetzt hat er! Ahhhh! 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 Das tut aber langsam in den Augen weh. Ahhhh! Drei! Ich weiß nicht, was ich... Ach sooo! Sag mir das doch, Alter! Tarux, jetzt reiß dich zusammen! Ahhhh! Ich bin nicht mehr! Ahhhh! Okay, dann muss ich das nach unten bauen. Ahhhh! 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 Dann bauen wir das hier nach unten. Ahhhh! 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 Perfekt! Es bewegt dich schon! Das, das, das... Das... Dann... Das, das... Das, das... Sooo... ... ... ... ... ... ... ... ... Kannst Du wieder ein... ... ... Oh, dann müssen wir erst... ... Clapse anrufen. Mehr jetzt is uns das Ding그inrollen... bulky ... Ahhhh... ... ... ... ... Still... Sooo Ich hab mir jetzt noch viel im Vorfeld gestellt hast Dann bist du tot Guck, guck doch wenigstens Starrocks Guck doch Ich bin nicht mehr Guck Ooooooh Ooooooh Ey Guck Sooo Das Ähh Glowstone Mein Headset ist gerade abgegangen Alter was ist das denn für ein Stur Ähh Was ist das denn für ein Sturm Guck mal Das ist der Sturm für Giraffen Oh das erinnert mich dann krieg ich so'n Halt Ja Warte Ich weiß was du meinst Der Stuhl ist wirklich für Giraffen Ähh Ähh Ein Schneemann Priest Oh ich heule Warum War das War das wirklich so der Das Ende Ähh Welben was hast du gemacht Was hast du gemacht Ich weiß es nicht Ich liebe den fliegenen Holländer Den Holländer Okay Er ist bestimmt zu grün Weil er so viel gekifft hat Ist in Holland ja erlaubt Ich bin müde Das 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 Ich bin müde Ein bisschen lachen Okay Jaaaa Es ist schön zu lachen Sehr schön Wenn du das sagst Ich bin zu Ich brauche wieder Bluuut Blut 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 Ich kann mein eigenes Miniatur-Schlacht-Feld. Joaah. Ey, dieser hässliche, räudige Drecksbaum hier. Jetzt ist der nächste gespawnt. Ich bin bestimmt an den hässlichen Pilzen hier. Mike ist doof. Mhh, das kriegt der Melvin auch wieder. Was? Ich hab nichts verstanden. Ich mach hier grad'n Helikopter. Also, tut doof. Oh Gott, das für eine Entschuldigung. Ich will auch sowas. Ich will auch sowas haben. Macht ihr überhaupt irgendwas oder macht ihr nur Blödsinn? Wir machen grad nur Blödsinn. Ich nehm die Nummer mit. Warum macht ihr nur Blödsinn? Also, ich hab' 2,3k Erde im E. Das ist er. Und ich kompostiere grad' unten automatisch. Also, du kannst dir was nehmen. Ich kann mir was nehmen. Mache ich aber nicht. Warum? Das schwebt mir zu. Warum? Weiß nicht. Warum? 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 darfst du? Das guckt so überzeugend an. Na. Ach, nein, nein. Also. Oder es sah doch nicht deinen Spielplatz. Nein. Ah, nein, nein, okay. Gut, jetzt wissen wir's! Das, das, das ist dein. Nein. Jetzt wissen wir's. Hallo? Ich hab''s dir gesagt. Einоронig bekommst du noch alles. So gut. Was bekomme ich denn zurück? Wenn du dich neidisch machst, dann bist du selber dran schuld. Hä? Darüber reden wir noch später, Tarux, ne? Ja. Ja, okay. Ihr zwei eure Liebeleien, nicht in meinen Folgen bitte. Ne, das ist... Das ist was anderes. Das ist was anderes. Es ist schlimmer? Es ist sch... Es ist schlimmer, gut. Okay. Das wollte ich gar nicht. Sicher? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich mach was anderes. Ah. Oh, ich kann grad nicht nachdenken, Maven. Das ist alles deine Schuld. Hä? Warum hab ich hier Schaden? Warum? Was? 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 Gibt's nicht irgendwie so einen Auto Harvester oder so? Gesundheit was? Gibt's nicht so einen Auto Harvester oder so? Hier doch, Farming Station. Warum fragst du dich einfach an einer Farming Station? Ist doch genau das gleiche wie ein Harvester. Sagt wer? Ich. Okay. So, Maven? Hm? Ich hab's Dara gefunden. Hä? Oh, was? Katara? Ja. Warte. Warte. Das bist du. Und derjenige, der dabei zugeguckt hat, ist auch so geendet. Warte mal. Ja. Also will das jetzt noch verpassen? Ja. Wer war? Ah, geht nicht. Der andere ist schon... So. Was macht ihr schon wieder? Ich muss mal kurz weg. Ich muss echt gleich mal zu euch gucken kommen. Die ganze Folge über labert nur Krutze und lacht euch eben ab. Ja, das ist... Melvin, wie sieht's denn aus? Deine Produktion? Geht's dir voran? Ja. Und wie oft hast du mich jetzt angelogen? Hm... Zu oft? Jaaaa. Der Teirock soll lieber unter die Arme greifen. Hm... Nicht so wirklich. So... Sehr schön. Dann... Das rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das rein. Und den Rest brauche ich erstmal. Die Mega-Touch setze ich wieder. Ich brauche noch mehr Blut. Noch mehr Blut. So. Ich brauche noch mehr Blut. Und der Chissel dort hin. Und der Chissel dort hin. Ich habe das jetzt mit dem Buch und Blood Magic endlich mal rausgekriegt, wie das funktioniert. Okay. Ja. Ich habe nur... Verstanden. Du fängst an zu lenken. Du fängst an zu lenken. Ja. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Alter. Ich habe 78. Jetzt hatte ich gerade 25. Okay. Seltsam. Wer weiß. Wer weiß. Ich weiß. Ja. No. Ähm. Warum wird das nicht abgefarmt? Ach. Das ist noch nicht... Ach so. Okay. Dann sag das doch einmal. Ja. Das ist noch nicht. Äh. Was? Ich weiß nicht, worum es geht. Na hier. Um meine Farming Station. Ich lasse doch jetzt automatisch meine Felder abfarmen. Ja. Haben die noch Boden hier drinnen? Warum fehlen da Seeds? Was ist hier los? Äh. Nicht meine Stunde. Äh. Bei uns ist irgendein Fest. Draußen ist Feuerwerk. Ja gut. Um die Seed-Frage kümmere ich mich dann später. Ich beende erst mal die Folge. Äh. Was habe ich gemacht? Mit der Folge muss gehen. Was habt ihr hier gemacht? Frag mich. Ich habe es gerade gescreenshottet.